das ist immer das dritte bein von dem die cock bros reden hey gern immer was genau herzlich willkommen zurück zu einem neuen wie act ich reagiere wieder auf die besten clips von twitch und youtube deutschland aus der letzten woche bin gespannt was diesmal passiert let's go könnte auch gerne wenn ihr möchtet könnt ihr auch gerne diese clips bei clips clips teams germany clips clips team twitch clips germany nein ja genau das habe ich tatsächlich auch installiert poppy playtime aber abzeit nicht installiert was ich gelesen aber hatte das ding ein bisschen gepimpt scheint besser zu fahren glaube ich das war kurz also brudi wenn das gepimpt ist und es besser fährt dann will ich nicht wissen wie es davor gefahren ist gucken ja also haben wir ton ich höre nichts warum haben wir keinen ton hier ist doch an ich kann euch sogar beweisen dass ich anhabe da wo ist der beweis da haben wir keinen ton das video ist noch nicht ja bist du böse ja hab spaß damit das war alles kalt das ist halt so ja okay das ist cool was coole gadget was macht nein nein das hast du nicht gemacht das hast du nicht das war krank frei waren oder nutzt den steam workshop wurde halt die ganzen teile die du erforschen kannst du nutzt es vielleicht erst das geheimnis der cola flaschen erforschen da reden wir jetzt einfach nicht drüber ok warte 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 bis er abkassiert ist kommt der nächste müssen die leute da jetzt boxen das ist doch scream und du stirbst bei wenn du laut bist und ihr mikrofon ist so eingestellt dass man ihre tasten hört und durch das tasten klicken wurde der sound aufgenommen und sie galt als tot schlafen die beiden katzen eigentlich noch horrorspiel was das wir haben heute den 15 dezember scheiße nur heute ist der vegane weihnachtsmarkt oder sollen wir da hingehen da müssen wir jetzt dahin oh mein gott es gab einen weihnachtsmarkt ich komme auch ich muss nur noch einen weg finden in die vergangenheit zu reisen man ich komme gehen wir haben november ich bin weil sie so hart davon ausgegangen ist dass es november ist bin ich auch ausgegangen ich habe ihr blind vertraut seht ihr so ist das so brauchen wir jetzt mal an die nini beschützt nein bin ich gut ich habe mich beobachtet du bist ein kleine anne süß ja du wirst du kleine anne hat das gibt es aber in echtem leben nicht warte gibt es im farming simulator etwas was kapuze kaufen kann gibt es tiere die man kaufen kann ich frage für einen freund am watching him was das gibt das tipp ist zeigt einfach wo es langfahren soll das gibt deshalb wie ein tesla das ding ist ja wie ein raumschiff das fährt auch selber das schenkt wo das feld ist und fährt es da lang deswegen staubsaubroboter da ich mache okay und dann wenn die armen die kitze gesnäckt furchtbar wir nennen es kapuze entdeckt die welt hatte wie hat er das wie ist es passiert wie kommt die maus das ist aber das ist nicht so schlimm ist nicht ins batteriefach gekommen oh mein gott oh mein gott können wir kurz diesen moment appreciaten mein ehemann also nicht der streamer aber lehrer mein ehemann ja weiss im evil 4 muss ich auch bald zu ende spielen am besten zum cosplay oder was meint ihr genießen wir diesen kurzen einblick in den alltag den job meines ehemanns leon s kennedy ich bin so vorsichtig du zum beispiel ich habe ja eine compilation wo er das ein oder andere mal eine falle gedaupt ist die ist immer noch gut dann gucken wir uns die an aber sehr hübsch hier was ist los bei milchbaum wie einen krassen typen abschleppst an dem abend und dann zieht er dich aus was ist würdest du die socken schnell im bad aus raus machen oder na klar okay was ist wenn du keine gelegenheit hast mehr ins bad zu gehen weil es so wild ist das gibt es nicht immer erst mal gibt es ein szenario wo du ganz ganz im äußersten notfall dann die socken in den arsch steckt oder so schnell was war mein arsch okay ich weiß nicht einfach nur weil das ist immer das dritte bein von dem die cockbros reden zehn kleine heuhaufen und drei große heuhaufen werden zusammengetragen wie viel auch wenn gibt es was für ein das ist das macht keinen sinn wenn zehn kleine heuhaufen und drei zusammengetragen alles in einem auf und dann hat man einen haufen zusammengetragen ergibt es doch nicht einen heuhaufen doch zur mutter du mama wo kommen eigentlich was bekomme ich eigentlich her mutter die hat der klapperstorch gebracht wo kommst du her mutter mich hat auch der klapperstorch gebracht doch doch wo kam oma her mutter die hat natürlich auch der klapperstorch gebracht abends schreibt die tochter in der tagebuch was für alle bemittenleimste familie seit drei generationen kein sex mehr der ist gut also den verstehe ich aber sie versteht den aber es gab da noch irgendwas anderes ist ja guck mal das ist ja das ist ja so eine schnitzeljagd das ist ja wie so ein bummelbild oder wie das heißt fummelbild ich weiß nicht wie das heißt ne katja fummelbilder sind was anderes bei uns hat es heute schon zweimal geklingelt bei uns gar nicht also ihr würdet sie direkt hören bei uns aber wirklich gar nichts geklingelt bisher ja man muss sich nur wünschen ja ja warum denn hier ja 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 Oh, süß! Süß, wirklich! Oh Gott, oh Gott! Was fährt der denn da? Der fährt gegen die Leitplanke. Oh Gott! Unfall! Scheiß! Niemand wurde verletzt. Diese riesigen Hörner, ne? Und sehr nett, dass er dann aussteigt. Aber das ist gruselig. Ich hab ja immer Schiss vor so Unfällen. Oh, süß! Was ist hier ein Zieglein? Die könnten fünf von mir gleichzeitig aufspießen. Der ist ja cool. Er kommt. Ich muss aus dem Weg gehen. Schnell weg. Oh, da f***, Alter! Oh, da f***, Alter! Oh, da f***, Alter! Ich hab's gesagt. Der war ja noch größer. Wir haken außen ein. Der war noch größer. Ich zieh mein Bein ran. Ich hoffe, ich hab Grip. Wenn nicht, tut's gleich echt weh. Oh Gott, ich hätte Angst zu stürzen. Ich hätte Angst zu stürzen. Aber scheint zu klappen, oder? Hat geklappt, sehr gut. Guck mal, ich hab die so gebacken, dass die sogar funktionieren. Was? Das war noch Absicht. Du musst das sauber sehen. Das war hilarious. Das war noch Absicht. Geil. Was musst du machen, die Spockart? Oh Gott, ich hoffe, es tut ihm nicht wirklich weh. Wisst ihr, wie Spagat funktioniert? Spagat musst du über Wochen hinweg trainieren, damit deine Bänder elastisch werden. Du darfst nicht einfach mal so runtergedrückt werden. Dann kann da halt was reißen. Deswegen, du musst wochenlang auf dem Spagat trainieren. So nicht. Ja, so sollte man nicht Spagat machen, Leute. Oh, ich bin gerne reißen, aber ab. Mach ich schon Spagat? Hau mal. Warte mal, ist das Absicht? Das wirklich das komplette Plakat ist spiegelverkehrt. Und das hat keine Pointe. Wer hängt denn das spiegelverkehrt auf? Jemand, der... Ihr wolltet es, ja? Jemand, der sein Morgenkaffee nicht hatte scheinbar. Nicht ich, das sieht so falsch aus. 350 Punkte. Und du kannst dieses Spielzeug wie so eine Banane peelen. Was ist das für ein Spielzeug? Was? Es ist ein Kinderspielzeug. Ein Kinderspiel... Ich bin das... Bruder muss los. Noch ein Grund, keine Kinder zu kriegen. Das war meine Jugend. Coldmirror, ihr Lieben. Ich kann euch... Ich bin auch Fresh Dumbledore. Für alle, die es nicht wussten. Bro, ja. Yo, ich bin Fresh Dumbledore. Back from the underground, back for more. Ich rappe hier, ich rappe dort. Ich rappe auch immer besser als der dunkle Nord. Ja, geil. Fresh D, wer kennt die nicht? Was tust du? Ich glaube, meine Katze hat gerade... Fünf Minuten. Einen Bug oder so. Ihre fünf Minuten. Hi, Chat. Ich bin der fliegende Tainment, ja? Ich... Ich habe euch endlich... Ich bin gekommen, um euch die Wahrheit zu sagen. Streamende haben keine... Chat, wer ist das? Ich habe den noch nie gesehen. Erinnert mich ein bisschen... Ich bin so ein grünhalgen Streamer, aber es ist eine fliegende Taube. Keine Beine, ja? Dass mir Menschen, die konstant auf einem Stuhl sitzen und beide Beine auf dem Boden haben, mir suspekt sind und eine der größten Herausforderungen am gestrigen Abend war es, sich nicht im Schneidersitz an diesen Pen-and-Paper-Tisch zu setzen? Oi, was für ein Lack wäre das jetzt, wenn ich den ersten Schlüssel nehme und direkt rauskomme? Naja, du hast erstmal eine... 3-5 Chance, einen richtigen Schlüssel zu bekommen und dann hast du halt eben auch noch... Und der Schatz? Nee, ich bin nicht. Und der Schatz? Du warst voll gut, ey. Well, ain't my first rodeo. Oh no! Oh no! Verdammt. Ui! Das war... Aber ich bin ja froh. Selbst wenn ich tot bin, kann ich noch weiter rauchen. Wenn Champignons schimmeln, dann werden Pilze von den Pilzen gegessen. Pilzkannibalismus. Basically ist das Pilz auf Pilz. Was heißt Auschwitze auf Englisch? Auschwitz auf Englisch heißt. Na, na! Alexa! Arschritze, Leute. Na, na! Oh Gott, ich will. Das stimmt. Guck mal, Hausbesichtigung bei Asche. Mhm. Wow. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin ein Pops. Ah! Na gut, ich würde sagen, er hat geparkt, oder? Kann er nicht mehr ausparken. Komm, hau raus. Du hast eine Sternenfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken. Anbe... Hm. Was? Damit ich gucken kann... Was? Leg mal, leg mal den Sportlehrer deine Hand so auf meine Hand. Wie wenn man beim Tischtennis nicht wusste. Was? Und der Sportlehrer kommt so von hinten und nimmt so deine Hand. Was? Was für Lehrer? Hat er das bei dir nicht? Ja, das haben die Eklige. Hä? Wir hatten Tischtennis. Und dann hat er... Und dann wusste ich nicht, wie man das macht. Und dann ist er so von hinten gekommen und hat so seinen Arm um meinen Arm gelegt. Und dann so seine Finger über meine Finger. Das nennt man sexuelle Belästigung, Asche. Das ist kein... Der war voll heiß. Was? Ja, für ihn. Ich meinte ja auch für ihn. Das ist einfach mal Janne. Der Superheld rettet die Prozesse aus teuflischem Clown. Dazu müsst ihr den Drachen die Rübe abhauen. Doch kaum denkst du, du bist am Ziel. Mach dein Rübeer, fühl dich wieder mobil. Also zeig, was du kannst. Steh deinem Mann, denn Zelda törnt dich tierisch an. Also mach, was du willst. Steh deinen Mann, denn Zelda törnt dich tierisch an. Gott sei Dank. Lief sowas früh im Fernsehen? Da war ich noch nicht geboren. Ich bin, glaube ich, ganz froh drüber. Ich hab die Werbung nie vor dem Spiel gesehen. Ich hätte ja gar keinen Bock zu spielen. Das war von Zelda? Das ist so aus wie eine Show. Oh! Irgendwie falsches Loch. Ich hab mehr daneben gespritzt als woanders hin. Mann, ich hasse das. Ich versuche immer, weil das Loch immer so klein ist. Weil es gab, weil ich so einen scheiß Werkzeug hatte. hab ich einfach überall hin gespritzt. Ist einfach alles voll gesaut. Hilfe! Ich geh jetzt da hin und mach jetzt auf. Für Knopf in der Hand. Ich suche wieder hier ein Element. Ich suche wieder hier ein Element. Ich bin ein kleiner Frechdachs. Das passt auch gut. Er hat da reingeschallert. Und sowas ist cool. Ja. Nein, du bist da stuck. Du musst ganz woanders hin. Das ist gemein. Okay, warte. Ja, easy. Oder außen. Das ist erstmalig. Der Kumpel sagt immer, du bist Tell. Aber nicht Wilhelm Tell. Sondern Trott Tell. Wegen Trottl. Der Vater vom Kumpel. Trottl. Aber nicht Wilhelm Tell. Das ist so. Oh! Das hat lang gedacht. Ja, fühle ich. Dann werde ich auch gestorben. Die Tomaten sind aus einer Dose. Bei einem perfekten Promi, der war da, würde ich schon erwarten, dass man diese Dosen selber anpflanzt. Ja, wenn ich jetzt hier stehe und das höre, muss ich bestimmt aufs Klo. Hä? Nee, so war das nicht gemeint, so war das nicht gemeint. Nicht der Weg ist falsch, sondern das Ziel ist das Ziel. Was? Slide mal, Slide mal. Ich bin du! Hä? Ich war... Ich bin du! Du Cheater! Du Cheater! Was ist passiert? Ich bin du! Was ist passiert? Was ist passiert? Kratzi dich an? Nee, ich häng jetzt, weil du hängst. Ich bin du! Hä? Okay. Aus deinem Arsch, Mann, Junge. Oh mein Gott, das ist wieder! Das ist wieder! Meine Kindheit, da habe ich das mit Mama Versal gespielt, das war wunderschön. Das ist George und er muss einen Mordverlauf klären. Er ist Detektiv. Ja? Schön, dass das Leute jetzt spielen. Ja, Baffermannsfluch. Ein tolles, tolles Spiel. Wieso gehst du denn da hin? Wie? Du standst doch an der Leiter, du Vollpfosten! Wie kann man so dämlich sein? Was ist denn das für eine Scheiße? Wir waren gerade neben der Leiter und was macht er? Genau. Er geht erstmal über Wuppertal. Was für ein Honk! Wie kann man so scheiße sein? Wer hat das denn probiert? Besser, als wenn er nach Bielefeld gegangen wäre. Das gibt's nämlich nicht. Programmiert! Shorts an die Programmierer. Ich hab dich auch nicht gewächst. Das hätte er nicht machen sollen. Ja, Modern Toilet heißt das. Modern Toilet. Und schwupps fahren ein paar Gehirnzellen fort. In Taiwan ist das. Modern Toilet. Da, sie sitzen auf Toiletten und essen auf Toiletten. Daran erinnert mich das Rattenbauschern. Oh, oh, ja stimmt. So mit der ganzen Familie, essen und gleichzeitig kacken. Wie ich das machen soll, gehör dich vom Herzen. Kuss, kuss, kuss. Einfach rein, oder? Ah! Oh. Hatte deine Mama nie gesagt, du sollst dich zu nah an diese Bildschirm reingehen, taste es zu viel eckige Augen. Nein! 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 Eee! Scheiße! Geh zurück! Geh zurück! Ich dachte mir, dass sie dem... Was passiert hier?! Jetzt kann sie sich hervorieren. Wenn einer zu uns kommt, werbe ich den da rüber. Okay. Hier drüben ist sie! Ich hab was gehört. Sehr gut. Ey, linke Maustaste gedrückt halten ist rauszoomen. Oh, Franzi ist da hinten. What the f... Wiku! Why? Warum ist es nicht einfach nur verschieben? Ähm... Hä? Franzi Dranzag kommt gerade in den Chat. Wo? Franzi? Ah! Wie das war jetzt? Ich find das nicht... Ich find das nicht gut. War sie bei ihm zu besuchen? Er wusste, dass sie da ist. Sie ist nur... Oder hat sie ihn random besucht? Das wäre noch wilder gewesen. Das war wieder eine sehr lustige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die besten Twitch und YouTube Clips Deutschlands aus der letzten Woche. Lasst gerne ein Däumchen da. Ich würde mich sehr freuen. Und ein Kommentarchen. Das wäre mega nice. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Wenn sie da heißt Juli reagiert auf die besten Twitch und YouTube. Clips Deutschlands. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!